So, 3, 2, 1 und live im Zuge meiner SEO-Tätigkeiten, die ich momentan so nachgehe, unter anderem auf Google, wurde ich gelehrt, dass man wohl heutzutage in Videos mehr Zeit investieren sollte als in reinen Blogs, die Leute schauen lieber Videos und lassen sich berieseln, anstelle ich das selber ein bisschen was lesen und mitdenken, ja, stimmt, kann ich selber auch so unterschreiben, insofern wage ich mich jetzt einfach mal an die ersten Videos, ja, und was braucht man dazu natürlich, eine passende Software auf jeden Fall, um die Webcam aufzunehmen und natürlich auch um den ganzen Desktop aufzunehmen, ja, und da bin jetzt ganz einfach einmal hergegangen und habe geschaut, was es für mein Ubuntu-System so gibt, Ubuntu Users ist da meistens eine ganz gute Anlaufstelle, Screen, Cast, und ich habe auch schon ein bisschen recherchiert, da gibt es wohl ein Tool, das nennen sie Voco Screen, und das ist das tolle Teil, beziehungsweise hier, da sieht man dann auch schon den Befehl, ich bin einen leicht anderen Weg gegangen, und zwar bin ich über meine Programme hier gegangen, also über das Cover, und habe hier einfach einmal Voco Screen eingeben, und da war dann auch schon das Voco Screen, und ich habe es dann natürlich installieren können, die Aufnahme läuft gerade, insofern ist das jetzt momentan ein bisschen schwierig, dass ich euch die App ansieht, zwar, ich versuche es trotzdem einmal, hier ist das Einstellungsfenster von Voco Screen, schauen wir mal, ob das was bringt, wenn es größer ist, übersichtlich, weiß ich nicht, also machen wir es einmal hier, so ungefähr, also da gibt es einmal den Reiter mit dem Bildschirm, da kann ich auswählen, Bildschirm 1 oder Bildschirm 2 in meinem Fall, ob ich den ganzen Bildschirm teilen möchte, bloß ein Fenster oder einen bestimmten Bereich, ob ich einen Klick zeigen will, eine Tastatur zeigen will, oder die Lupe, hier kann ich dann festlegen, wo es meine Audio Settings sind, in dem Fall gehe ich über mein Jabra Headset, das ist deutlich klarer vom Ton als die OrbiCam, also das Mikrofon von meiner Webcam, steht zwar bloß 30 Zentimeter weg von mir, aber der Ton ist trotzdem deutlich besser mit dieser Version, ja, da drin habe ich eigentlich nichts gemacht, außer, dass ich einen Codec auf MP3 gestellt habe, und das Format auf MGV, ich hoffe, dass YouTube damit klarkommt, das sind dann bloß noch Speicherpfade, hier habe ich meine Webcam eingestellt, ich könnte die da auch noch drehen, und das war es dann auch schon, dann am Anschluss Start, Stop, und dann eben das Video speichern. Und ja, das war jetzt das erste Video, mal schauen, wann und wie viel noch folgen werden. Das Video, 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 das Video